Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, ich soll mich mit Jackie treffen, melde dich bei Militech-Agentin Meredith Stroud. Das wäre dann optional. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich mich bei ihr melden soll. Haben wir den hier? Meredith Stroud, Anruf. Ah, sehr schön. Äh, ja. Treffpunkt da hinten, in der Richtung. Hallo? Warum hängt mein Spiel gerade? Oder? Keine Ahnung, was los ist, aber es hatte wohl keine Zeit. Ich habe jetzt übrigens diesmal wirklich darauf geachtet, penibel darauf geachtet, muss man ja schon fast sagen, dass wirklich 2K eingestellt sind. Und ja, beim Laufen merkt man von den 2K nicht wirklich viel. Wenn ich stehe, geht es eigentlich. Also da sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Nicht so schön, wie es bei vielen anderen 2K-Spielen ist, aber das liegt auf jeden Fall nicht an der Auflösung, nicht an den vorhandenen Bauteilen vom Rechner, sondern definitiv an den, ja, an der Vorgabe des Spiels, sage ich mal. Jetzt schaue ich mal, dass ich zum Zielpunkt komme und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich denn irgendwann mal dort angekommen bin. Bis gleich. So, wir sind gleich da. Ich befürchte allerdings irgendwie, dass wir nach unten mussten. Ja, das stimmt. Ach, hier können wir runter. Okay. Okay. Ähm, ich hatte übrigens gerade eine Nachricht bekommen. Nachrichten öffnen. Von wem war es denn? Von Jackie, glaube ich, war es gerade. Willis, komm schon, wie? Hab die Kundin getroffen, sie hat mir ihren BD gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollten. Ich erzähl dir später mehr. Okay, das war anscheinend doch nicht die Mail, die ich gerade eben bekommen habe. Ja, keine Ahnung. Da war irgendwas mit, du bist dich ja beschäftigt, fing das an. Finde ich jetzt aber auch auf die Schnelle nicht. Da ist sie. Genau, ich bin wie? Ähm, kann ich mit dir reden? Achso. Oh. Äh, okay. Oh, du fokt das Zugriff? Ja? Hm. Nee, gehört hab ich den noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Äh, du willst die Infos. Ich will einen Bot. Wie wär's mit nem Deal? Nomade, die Sicherheit deiner Konvois weist Lücken auf. Ich kann helfen. Ach so, das bedeutet dieses N davor. Okay. 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 Amen. Okay. Ich weiß gar nicht, was jetzt grad los ist. Miltig. Okay. Okay. Also, da stand grad noch was mit Z, was wir machen sollen. Äh, was aber anscheinend nicht mehr funktioniert. Okay. Ich dachte grad, ich hab hier ne Drohne gehört. Ähm. Ich denk, über Tab kann ich den Splitter... Ja, das ist geil. Hä? Also, die haben von Tab gesprochen. Ähm. Levelaufstieg? Moment. Charakter. Oh, wir haben Punkte dazu bekommen. Sehr schön. Ja. Ähm. Coolness-Wert scheint ja auch irgendwie nicht ganz so verkehrt zu sein. Würde ich mal glatt behaupten, dass wir jetzt hier... Ähm. Ne, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Ich wollte eigentlich... Achso, zum Erlernen halten. Ah. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich weiß auch nicht. So, da wollte ich jetzt die zwei Punkte reinmachen. Und dann... Technik, Reflexe. Reflexe sind natürlich auch nicht gerade verkehrt. Hat auch mit Handfeuerwaffen natürlich zu tun. Ich würd sagen, dass wir hier mal was reinmachen. Ähm. Passiv. Passiv. Achso, also nur die roten waren das die, die ich machen konnte. Okay. Verringert die Zeit zum Ziel mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%. Erhöht den Schaden um 3%. Das wäre natürlich wichtig. Schnelle Nahkampfangriffe mit Gewehren und Maschinenpistolen verursachen 50% mehr Schaden. Äh, okay. Erhöht die kritische Trefferschance mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10% während du aus der Deckung schießt. Naja. Packen wir hier mal den zweiten... Achso, Gewehr... Oh nein. Ja, da standen nur Maschinenpistolen. Ich bin auch so blöd. Ich bin so blöd. Ich wollte das Ganze eigentlich in die Pistolen reinmachen. Ja, ähm, ich lerne ihn ja nie aus, ne? Scheiße. Okay. Okay, ähm... Item, Journal, Werte... Splitter. Ah, unter Journal. So. Militech-Daten-Splitter. Sicherheit-Hacken. Okay, das mit so einer Sequenz. Ähm... 55... Ja, was denn nun? IC oder BD? Könnt ihr euch mal entscheiden? Aha. 55... Was? Was, was, was? Irgendwas mit den Splitter infiziert? Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade drin stand. Terminal verlassen. Ich probiere es nochmal. Kann ich das nochmal probieren? Sicherheits-Hacken. Sicherheits-Hacken. So. 55. BD. Leute. Ich komme hier nicht weiter. Ich muss doch immer das machen, was angezeigt wird. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, ich habe es jetzt so gemacht, wie es mir gezeigt wurde. Aber... Das funktionierte nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ansonsten machen wir einfach mal mit der Hauptquest weiter. Ja, ich weiß, ich muss F drücken. So. 55. Da müsste ich eigentlich IC machen. Das habe ich hier zum Beispiel wieder nicht drin. 55. IC darf ich nicht anklicken. Das ist ja geil. Warum darf ich IC nicht anklicken? Hä? Hä? Das hat doch überhaupt nichts mit den Zahlen rechts zu tun. Ach, ihr könnt mich jetzt echt mal. So, ähm... Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Also, es hat beim ersten Mal wunderbar funktioniert. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich glaube, es wurde mir jetzt gerade unten angezeigt, oder? Ne, jetzt sieht es doch eher nach oben aus. Es hat beim ersten Mal wunderbar funktioniert, als ich das gemacht habe. Also, wo das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, getestet worden ist. Aber... Wo komme ich denn da jetzt hin? Nach links? Ähm... Aber jetzt funktioniert es scheinbar irgendwie gar nicht mehr. Weil ich jetzt nicht mehr das machen konnte, was ich vorher machen konnte. Also, normalerweise war es ja so, dass ich die Zahlen auf der rechten Seite rausfinden musste und anklicken musste. Das habe ich gemacht, aber die konnte ich stellenweise jetzt nicht anklicken. Und... Ja... Ich begreif's irgendwie nicht. Entweder stehe ich total auf den Schlauch, oder ich weiß es auch nicht. Hi. Kann ich nicht mit dir reden? Doch. So, Mahlström, wir müssen ihn treffen. Äh... Ist das ein Arsch? Ah, damn, was eine Schönheit. Ja, ich habe sie auch günstig. Dein Jobdividend. Hm. Ich weiß nicht, wie du das genug zusammenkriegen könntest, für dieses Beest. sogar benutzt. Ja, ich habe einen Lohn, aber sehr klein. Aber ich meine, es ist total wert. Okay. Also... Kann man das? Ne. Ähm... Ich schätze, diese Nomadensache funktioniert nur bei Nomaden. Ich vermute, dass diese komische Tussi eben keine Nomadin war. Ähm... Aufgrund des Outfits, würde ich sagen, gehörte die zu der rechten Klasse. Ich weiß nicht, Kompi oder wie die hießen da. Ähm... Ja. Ja. Naja, ob das ein Plan ist, weiß ich nicht. Ja. Militech und ich, wir haben ein paar Gemeinschaft gefunden. Sie sind in der Bill für die Bot. Es gibt ein paar Schritte, die zu spüren. Lass es, Jack. Es wird so, wie wir es nie in der ersten Zeit hatten. Wie weiß, wie dieses Beest ist. Also... In die Borg-Beest, dann? Wir gehen, diese Bastards. All right. Wir klicken auf ihre Tür. Wir sehen, ob sie überhaupt öffnen. Kann ich mit dir mitfahren? Achso, wir gehen zu Fuß. Achso, ist gar nicht so weit. Sag das doch. Soll ich da reinschießen oder was? Wie soll ich das Ding denn öffnen? Achso. Oder? Bring a Ding Ding, Chum. Gotta get this done. Ja. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll, Junge. Mach doch einfach die Tür auf oder klopf an oder so. Ähm... Ja, das funktioniert doch wieder nicht. Hallo. Ach, benutze die... Okay. Ich hätte vorher nach rechts gucken sollen, was ich machen soll. Ja, ich weiß nicht. Ich will nicht mit Royce reden. Ich will mit Royce reden. Dex hat uns gesendet. Hauptstelle. Wir haben warten. Wir haben warten. Eigentlich wollte ich das Ding ja hacken, aber... Was seid ihr denn hier für komische Sachen? Geschütztürmer? Und was bist du da? Achso, was zum Einsammeln. Okay. Kann ich euch auch einsammeln? Ja. So, tausend Schläge pro Sekunde. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kiroshis ausgetauscht hatte. Während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da waren sie. Direkt vor mir. Die offenen Klappen von Jasons Chromschädel. Ich sah das elektronische Hörn, das noch bis eben von perfekt imitierter Sündhaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des Zeus von Future Tech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Ich konnte nicht anders. Ich fragte mich, wo seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht hatte. Waren sie nichts als Imitate, gesteuert von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hat es hinter ihnen nie echte Gefühle gegeben? Nicht ein einziges Mal? Alex, äh, es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich mit einem seltsamen, echt klingendem, panischen Unterton. Ich wollte ihm glauben. Wirklich. Hm. Ich sehe jedenfalls, dass es nicht so ist, wie ich dachte, antwortete ich, teils ängstlich, teils verbittert. Ich und mein ewiges Pech. Der erste und letzte Kerl, dem ich komplett verfalle, und puppt sich als verdammtes Motherboard auf Beinen. Nein, da liegst du falsch, begann Jason und unterbrach sich. Er lächelte verlegen. Moment, hast du komplett verfallen gesagt? Mein Cardio-Implantat schlug immer schneller. Ich errötete. Hatte ich Unrecht? Enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jason Kadalitz? Wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich zu entwickeln, vielleicht hatte er es auch für das Gehirn seines Sohnes geschafft. Die Frage war nur, warum? Was? 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 Dex mentioned him. Called him special. Now it's Militech all right. Ich sammle mal einfach alles ein hier. Da müssen wir hin. Dann lass mich hier nochmal kurz gucken. Ja, mein Gefühl trügt mich wieder nicht. Okay. Was bist du? 75 Jahre Cyberware von Tsutomu Takahashi Einführung Noch vor einem Jahrhundert war der Verlust eines Beins oder Arms eine Tragödie, denn es bedeutete, mit einer dauerhaften Behinderung körperlicher Beeinträchtigung und oft chronischen Schmerzen leben zu müssen. Zudem litten Menschen mit Behinderung oft unter Diskriminierung, und zwar bewusster, zum Beispiel bei der Jobsuche, und unbewusster, zum Beispiel fehlende Zugänglichkeit durch schlechte Infrastruktur. Heute ist der Verlust von Armen oder Beinen nur mehr ein lästiges Übel, vorausgesetzt der oder die Betroffene ist finanziell stabil. Vor einem Jahrhundert war es Arbeitern erlaubt, ihren Mitarbeitern Dresscodes und Frisuren vorzuschreiben, beziehungsweise Piercings und Tätowierungen zu verbieten. Es war gang und gäbe, Arbeitnehmer mit Illigitimen Mitteln zu höherer Produktivität anzutreiben, beispielsweise mittels Antischwangerschaftsvorschriften. Gleichzeitig war es damals weder gesetzlich erlaubt noch anders möglich, sich näher mit dem Körper seines Mitarbeiters zu befassen. Mit dem Aufkommen der Cyberware in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts begannen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Vorgaben hinsichtlich Haut-, Knochen-, Muskel-, Organ- und Augenersatzprodukten zu machen, um so Leistung und Effizienz zu steigern. In extremen Fällen werden Angestellte im Sicherheitssektor dazu angehalten, sich einer sogenannten vollen Körperkonversation oder voller Cyborgisierung zu unterziehen. Haben die einen Ratte? Vieles hat sich verändert, seit vor etwa 75 Jahren die erste kybernetische Implantate auf den Markt kamen. Einige Experten der Technologiegeschichte sind der Überzeugung, Cyberware beeinflusse den Fortschritt positiv, andere behaupten das Gegenteil. In diesem Buch versuche ich, die guten wie die schlechten Veränderungen für unser Privat- und Berufsleben näher zu erörtern und in Zusammenhang zu setzen. Wie hat Cyberware uns in die heutige Zeit begleitet und wohin geht die Reise? Ja, ähm, ist das jetzt hier auf der anderen Seite? Steht der jetzt hier vorne, oder? Ja, er steht hier vorne. Okay, was ist das? Nein, nicht immer so viel zu lesen. Ich will doch spielen. Ist Cyberpsychose heilbar? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Noch vor wenigen Jahren setzte man massenhaft die sogenannte Braindance-Therapie ein, um Kranke zu retten, ehe es zu spät ist. Dabei wurde der Patient auf einen speziellen Stuhl gesetzt und an ein Gerät angeschlossen, das alle Implantate deaktivierte. Dann wurden Elektroden angebracht, wodurch der Patient in eine komaähnliche Braindance-Sitzung versetzt wurde. Darauf folgten Medikamente, Psychochirurgie und Aversionstherapie. Diese Methode zielte darauf ab, alle neuronalen Verbindungen des Patienten zu trennen und wieder zusammenzufügen, um den ehemaligen Cyberpsycho wieder in seine Gesellschaft zu integrieren. Nach Abschluss der Therapie waren zwar keine Symptome für Cyberpsychose mehr feststellbar, aber die frühere Persönlichkeit des Patienten war mit ihnen verschwunden. Aber keine Sorge, heute gibt es verbesserte Methoden. Jedenfalls wollen sie uns das weismachen. Okay. Da ist er. Was jetzt? Junge, wohin? Achso, wir müssen hier rein. Sag das doch. So, ja. Dann müssen wir hin. Geh in den Elevator, fucking Schick. Was bist du denn für guckig, Herr Kautz? Du siehst irgendwie ziemlich gruselig aus, so eine Mischung aus Terminator und Wrestler oder sowas. Achso, wir tritt den Aufzug. Ich dachte, ich muss mit dem reden. Nee, hä? Da ist der Aufzug. Ich bin da, ich bin da. 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 Vielen Dank.